Mein Name ist Luzi, ich bin 15 Jahre alt, ich spiele Flügel, links oder rechts und meine bisherigen Vereine sind Thomas Kempten, Essen, München-Gladbach, Merzhausen, ESV und jetzt wird Sand. Mein Vorbild ist Julia Gwin vor allem und mein persönlicher Ziel ist einfach besser werden und versuchen immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und meine Ziel mit der Mannschaft ist einfach jedes Spiel als Team zu spielen.